Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen, hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Bei meinem letzten Friseurbesuch wollte plötzlich eine andere Dame als die, die sonst meine Haare wäscht, diesen Teil übernehmen. Und ich merkte, dass ihr etwas auf der Seele lag. Deswegen sah ich sie direkt an und fragte, erzähl mir was aus deinem Leben, was bewegt dich? Es kam wie aus der Pistole geschossen. Ich habe ständig Angst, egal was ich tue, Angst, dass es nicht und niemals genug ist. Oder auch, dass ich Fehler mache, Angst, dass zu Hause Unordnung entsteht, Angst, dass ich selbst einfach nicht genüge. So schnell, wie sie mir diese Antwort gab, war mir klar, darüber hatte sie sich schon viele Gedanken gemacht. Spannend ist, dass ich sie schon oft aus der Ferne beobachtet hatte und jedes Mal dachte, was für eine fleißige, schöne und begabte Frau. Doch spannend war auch, dass sie meine Nähe suchte und mir all das erzählen wollte. Denn ehrlich gesagt hatte ich an diesem Tag beim Friseur auch von meinen eigenen aktuellen Schwierigkeiten berichtet, weil das gerade eine sehr turbulente Zeit für mich gewesen war. Doch weißt du, was sie gesehen hat? Hier ist eine Frau, die große Stürme und gleichzeitig großen Frieden erlebt. Auch dir ist das möglich, jedem von uns. Du kannst Stürme und gleichzeitig Frieden erleben. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst. Hier steht eben, in der Welt habt ihr Angst. So ist es einfach. Das muss uns klar sein. Doch in genau dem gleichen Vers steht auch, all das habe ich dir gesagt, damit du, während du auch mal Angst hast, gleichzeitig auch Frieden hast. Ja, du kannst und sollst Frieden haben, auch wenn dir so vieles gerade Angst macht. Willst du dich heute neu entscheiden, auf das zu hören, was Jesus sagt? Dir vielleicht einen Moment mehr Zeit rausnehmen und Zeit mit ihm und dem, was er dir durch sein Wort sagt, zu verbringen? Mehr Zeit mit ihm bedeutet weniger Zeit mit den Sorgen der Welt. Danke für dich! Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Dein Wunder wird geschehen und du wirst mich verstehen, weil du es selbst erlebst. Ein Wunder für jeden Tag.